Alter und ob er du auch was soll ich machen? sag mal was soll ich machen? Du nimmst dein Brötchen, Butter, Nutella und dann machst du Käse drauf und glaub mir du wirst es lieben, du wirst es lieben Vertraue mir, vertraue mir Gigi Butter, Nutella und Käse Vertraue mir Gigi du wirst es lieben, vertraue mir einfach Was ist der da? Vertraue mir, vertraue mir, du wirst es lieben Wie kann man so Deutsch sein? Vertraue mir Nutella, Butter, Käse... ey was mei... wegen solchen Menschen geht die Welt bald unter... Butter, Nutella und Käse... ey... komm rüber... Du wirst es lieb, Gigi, du wirst es lieb, ey... die Menschheit hat keinen Sinn mehr, ja... Und Gigi? Wie gesagt... Schmeckt nicht? Aber ich weiß nicht, schmeckt nicht? Ich schon will ja... Normal? Ich sag normal... Ich gucke...